Die sonst so glamouröse Sienna Miller hat einen neuen Look, oder etwa nicht? Falls du befürchtest, dass die britische Schönheit einen neuen Stil ausprobiert, dann sei unbesorgt. Sienna gewöhnt sich nur an die Rolle in ihrem neuen Film American Sniper. Die Schauspielerin wurde am Set des neuen Films aufgenommen, wo sie zusammen mit Hollywood-Schwarm Bradley Cooper spielt. Der Film handelt von dem gefährlichsten Scharfschützen im amerikanischen Militär und Miller spielt die Frau des Hauptcharakters. Die Schauspielerin rannte am Set umher, bekam ihr Make-up gerichtet und war in Gesellschaft des Superstar-Regisseurs Clint Eastwood. Wahrscheinlich wird sie in ihrer gewohnten Schönheit aufblühen, sobald Clint Schnitt ruft.